Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Juli's Tier Talk. Wie ihr an meinem Anziehsachen sehen könnt, es ist vorbei mit der Wärme. Also es hat die letzten Tage eigentlich nur durchgeregnet und ist ein bisschen abgekühlt, deswegen sieht auch mein Hund aus wie sauer ist. Durch einige Wasserpfützen durchgelaufen, aber es geht ja noch. Wasserpfützen sind immer besser als Schlampfützen, glaubt mir. Und wir sind jetzt hier einfach am Waldrand, hören einem schönen Vogelgesang zu und deswegen nehme ich mir einfach heute mal wieder ein bisschen Zeit für euch, um wieder einmal ein paar Fragen für euch zu beantworten. Und heute sind wieder ganz ganz viele interessante Fragen um den Hund dabei. Deswegen wünsche ich euch mit dem Video viel Spaß. Fangen wir gleich mal an. Die erste Frage, die kommt von Nastja Meier. Ist keine schöne Frage. Mein unkastrierter Rüde liebt es Pipi von Hündinnen zu lecken und im Maul aufzuschäumen. Jetzt im Frühling besonders gerne. Ich ziehe ihn immer weg und schimpfe mit ihm, aber es ist ihm egal. Was kann ich dagegen tun? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ja, das kenne ich, auch von Nero. Das ist eigentlich normal bei Rüden, dass sie vor allem Flächen aufschlecken, wo Hündinnen drüber gepieselt haben. Das ist vielleicht für uns Menschen eklig, aber für Hunde ist es ein vollkommen normales Verhalten. Durch das Aufschlecken sammeln sie einfach viele Informationen von dem anderen Hund auf. Wenn wir mit Menschen sprechen, nehmen wir so die Informationen von den anderen Menschen her und Hunde machen das da eben auf eine andere Art und Weise. Ich würde es dem Rüden nicht vollkommen verbieten, außer es ist wirklich so, dass er wirklich nur an einer Hündin rumschlägt und die genervt ist. Das sollte man auf jeden Fall unterbinden mit einem Abbruchssignal und ihn herrufen. Wenn er einfach nicht hört, dann kommt er an die Leine, dann war es das einfach mit dem Spielen. Macht man ein paar Mal, dann hat der Hund es in der Regel kapiert. Was allerdings das Schnuppern angeht und das Auflecken von Grasflecken, wo meine Hündin drüber war, würde ich teilweise genehmigen. Also wenn ihr zum Beispiel einen entspannten Spaziergang macht, wo euer Hund schnüffeln kann, da würde ich ihm das erlauben. Ihr könnt dafür beispielsweise ein spezielles Geschirr hernehmen oder eine spezielle Leine, sodass der Hund einfach den Unterschied kennt. Oh, wenn ich jetzt zum Beispiel die blaue Leine anhabe, dann darf ich einfach mal rumschnüffeln und auch mal trödeln. Und ansonsten muss ich eben schön drauflaufen, weil das ist bei mir mit Niedern auch so. Stellt euch mal vor, wenn ich im Zughundesport mit dem Fahrrad fahre und er wirklich an jeder Stelle halten würde, um da zu schnuppern, dann würde ich wahnsinnig werden. Deswegen weiß er eben ganz genau, wenn ich ihn zum Beispiel ohne Leine laufen lasse, dann darf er gerne auch mal schnuppern und mal auflecken, auch wenn es für mich persönlich jetzt auch nicht gerade appetitlich ist. Aber das ist halt ganz normales hündisches Verhalten, das gehört halt dazu, sollte man nicht abtrainieren. Aber in Situationen, wo man einfach nicht will, dass der Hund rödelt und auch keine Zeit hat, vor allem wenn die Leinenführigkeit gut sitzen soll, dann sollte man das natürlich immer abbrechen und unterbinden. Und es ist halt wichtig, wenn du schon merkst, dass der Hund gleich zu dieser Stelle geht, dann schon abzubrechen und den Hund zurückzuholen. Weil wenn er schon an der Stelle ist, ist es einfach zu spät, er hat es schon das Erfolgserlebnis. Deswegen achte wirklich ganz gut auf deine Körpersprache von deinem Hund. Es zeigt sich eigentlich bei Rüten sehr deutlich, wenn sie wieder eine neue interessante Stelle entdeckt haben. Die nächste Frage, die kommt von Anna-Christina. Ja, unser neuer Hund ist vor kurzem zu uns gekommen und ist sehr unterwürfig, wahrscheinlich wegen ihrer Vergangenheit. Kann man irgendwas dagegen unternehmen? Danke schon mal im Voraus. Ja, wenn der Hund früher schlechte Erfahrungen gemacht hat, beispielsweise aus dem Auslandstierschutz kommt, wo dieses Verhalten ja relativ häufig auftritt, da würde ich dem Hund als erstes einfach Zeit lassen. Der Hund muss erstmal bei euch ankommen. Ihr schreibt ja selbst, dass er erst vor kurzem bei euch ist. Gegen fremden Personen kann das ja dennoch auftreten. Wenn es aber wirklich extrem bleibt und ihr den Eindruck habt, dass es sich nicht gebessert hat, dann würde ich vielleicht mit einem Hundetrainer darüber sprechen, dass ihr bestimmte Bindungsübungen mit eurem Hund einbaut, dass es sich einfach bessert. Aber in der Regel ist es immer so, wenn ein neuer Hund zu euch kommt, der eben schlechte Erfahrungen gemacht hat, da ist es halt ganz normal, dass er erstmal ganz vorsichtig ist und allen misstraut und so. Man weiß ja nie, vielleicht wurde er vorher geschlagen und so. Und das muss sich einfach erst aufbauen. Lasst ihm einfach Zeit, drängt ihn nicht zu irgendwas und normalerweise tauen die dann einfach ganz von sich aus auf. Die nächste Frage, die kommt von Yassi is my queen. Hey Juli, ich habe mal eine Frage und zwar wollten wir uns jetzt wieder einen Hund anschaffen, aber wir haben schon eine Katze. Wie findet man heraus, ob sich der Hund mit der Katze verträgt? Oder gibt es bestimmte Hunderassen, die sich mit Katzen vertragen? PS, mach bitte weiter, so ist die Beste. Also es gibt generell keine bestimmten Hunderassen, die sich besonders gut mit Katzen vertragen. Ihr könnt aber darauf achten, dass ihr einfach, wenn ihr zum Beispiel einen erwachsenen Hund zu euch holt, dass dieser schon vorher mit Katzen zusammengelebt hat und so vielen Katzen kein Problem sind. Oder es gibt auch immer mal im Tierschutz viele Hunde, die mit Katzen überhaupt kein Problem haben. Oder wenn ihr einfach euch einen Welpen holt, könnt ihr zum Beispiel auch schauen, ob der Züchter bei sich daheim auch Katzen hat, dass der Welpe mit anderen Katzen aufgewachsen ist. In der Regel sollte es auch generell kein Problem sein, wenn ihr auch einen Welpen zu euch holt, der jetzt nicht unbedingt aus einem Katzenhaushalt kommt. Da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr dann Hund und Katze richtig zusammenführt. Ein anderes Beispiel ist es natürlich, wenn ihr euch einen erwachsenen Hund holt, der ein kompletter Katzenhasser ist. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema und würde ich halt auch in dem Fall nicht empfehlen. Aber bei einem Hund, der schon mit Katzen aufgewachsen ist und der mit denen verträglich ist, sollte es kein Problem sein. Da braucht halt eben die Katze ein bisschen ihre Zeit, damit sie sich an den Hund gewöhnt. Oder mit Welpen ist es in der Regel auch kein Problem. Also bei Nero musste ich ihn überhaupt nicht abgewöhnen, andere Hunde anzubellen, weil er nie andere Hunde von sich aus angebellt hat. Da bin ich auch relativ sehr erstaunt, weil das für einen Samoyeden eigentlich recht untypisch ist, weil Samoyeden generell sehr, sehr bellfreudige Hunde sind, die alles kommentieren. Er bellt halt wirklich nur aus Freude, wenn er mit anderen Hunden spielen will oder wenn eine super liebenswerte Person uns besucht. Da fängt er vor Freude kurz das Bellen an oder einfach gelegentlich, wenn er frustriert ist vom Warten oder so. Das ist aber typisch Nero. Also Geduld ist halt eher nicht so seine Stärke. Und ob Samoyeden schwer erziehbar sind, sie sind auf jeden Fall nicht einfach zu erziehen, weil sie von sich selbst aus sehr, sehr selbstständig sind und sehr, sehr selbstdenkende Hunde. Also sie überlegen sich immer zweimal, ob das Kommando Sinn macht, was der Besitzer ihnen gibt. Und daher sind sie jetzt nicht vielleicht mit einem Labrador oder einem Schäferhund zu vergleichen, die auch wirklich ihrem Besitzer gefallen wollen. Und wo wir gerade sind bei Samoyeden und Bellfreudigkeit, hier kommt die Frage von Tom. Hallo Juli, wie du schon gesehen hast, besitze ich einen 16 Wochen alten Samoyeden. Bei ihm klappt alles super gut. Sitz, Platz, Gepote und bleib. Aber er bellt immer, wenn er jemanden sieht oder hört. Vor Freude, kannst du mir einen Tipp geben, wie du es machen würdest, damit er nicht mehr bellt, wenn er jemanden sieht? PS, du machst so gute Videos. Bitte hör niemals mit YouTube auf. Ja, da sind wir jetzt eben bei dem Punkt mit Bellfreudigkeit und Samoyede. Wenn dein Junghund von voller Freude andere Hunde anbellt, weil er mit ihnen spielen will, kommt häufiger vor bei jungen Hunden. Da sollte man an der Impulskontrolle arbeiten, weil das platzt dann einfach aus dem Junghund heraus. Wo ist, boah, da ist ein anderer Hund, mit dem will ich spielen, komm schon Herrchen, Frauchen, komm lass mich zu ihm. Da muss er ein bisschen lernen, sich zu beherrschen und auch verstehen, dass er nicht mit jedem Hund, den er sieht, spielen kann. Ich weiß ja nicht, wie ihr das beim Spazierengehen handhabt. Aber wenn man jetzt beispielsweise seinen Hund dann ständig zu den anderen Hunden hinlässt, dann wird es relativ schwer sein, das Verhalten rauszubekommen. Deswegen würde ich euch empfehlen, ja, auch wenn ihr einem anderen Hund begegnet, dass ihr wirklich in neun von zehn Fällen einfach an dem Hund vorbeiläuft. Und wenn es einfach um die Sozialisierung von eurem Hund geht, dass ihr euch einfach mit ein paar Leuten trefft und dann so gemeinsame Spaziergänge macht oder in der Hundeschule mal spielen lässt, weil der Hund muss einfach lernen, dass er einfach nicht mit jedem Hund, der an der Leine da vorbeigelaufen kommt, spielen kann. Dieses Verhalten kann man in der Regel gut mit einem Abbruchssignal unterbinden, wenn man gleich danach bei Fuß an den anderen Hund vorbeiläuft. Also erstmal wegen dem Bällen ein Abbruchssignal und dann, dass sich der Hund auf das Fußlaufen konzentriert. Oder du kannst deinen Hund einfach an der Seite abliegen und absitzen lassen und einfach so warten, bis natürlich der andere Hund an euch vorbei ist und natürlich auch immer die Impulskontrolle trainieren. Vielen Hunden begegnen und an vielen Hunden vorbeigehen, dass dein Hund einfach versteht, ja, es wird nicht mit jedem Hund gespielt, den wir treffen. Und wenn ich mich einfach so an der Leine aufführe, in die Leine gehe oder dann den anderen Hund laut anbälle, gibt es einfach erst recht nichts. In der Regel ist es auch oft nur eine Phase bei jungen Hunden, die dann nach einer Zeit auch wieder komplett vorbei geht. Wichtig ist aber auch dann nicht zu denken, ja, es ist nur eine Phase, also lasse ich den Hund bellen. Nee, das sollte man immer wirklich strikt unterbinden und da wirklich konsequent sein. Und dann sollte sich dann auch wirklich schnell Besserungen zeigen. Also da kannst du mir gerne weiterhin berichten, wie das sich einfach entwickelt. Aber normalerweise, wenn du da wirklich konsequent dahinter bist, sollte sich das auf jeden Fall langsam legen. So, das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge von Julis Tier Talk. Wenn ihr beispielsweise auch eine Frage an mich habt, dann könnt ihr diese immer gerne unter mein aktuellstes Bild auf Instagram stellen. Meinen Instagram Account findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und mit etwas Glück kommt dann eure Frage auch im Video dran und wird dann natürlich auch beantwortet. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao!